Der Scooter Model Virgo von MobiKlinik bietet Hilfe bei der Lösung von Mobilitätsproblemen für Menschen mit Gehbehinderung oder für die, die nicht lange Strecken gehen können. Der Virgo Scooter ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert. Dieser Scooter gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um bequem und autonom auf die Straße zu gehen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem Scooter herausholen können und auch die technischen Daten. Es hat ein benutzerfreundliches Design mit einem gepolsterten Sitz, der eingeklappt und gedreht werden kann, um das Aufstehen und Hitsetzen zu erleichtern. Dank des Hefels unter dem Sitz kann er auch in drei verschiedenen Höhen eingestellt werden. Er verfügt über zwei klappbare Anlehnen, die in der Breite auch verstellbar sind, für maximale Sicherheit und Komfort. Der Lenker kann in drei Positionen verstellbar werden, um den Griff des Benutzers zu erleichtern und beeinhaltet einen vorderen Korb, mit dem Sie ihre Stände während der Fahrt transportieren können. Sobald die Schlüsse zum Starten des Rollers eingesteckt sind, erscheinen die Lister, die seinen Start- und Ladezustand anzeigen. Es beeinhaltet eine Hupe, die durch Drucken funktioniert. Im Roulette können Sie die Geschwindigkeit von der langsamen Schildkröte bis zum schnellen Hasen wählen, um sich an die Bedürfnisse des Augenblicks anpassen zu können. Mit dem schwarzen Helden an den Seiten wird es vorwärts und rückwärts gestartet. Wenn Sie mit der Verwendung trefflich sind, können Sie ihn in jedem Kofferraum aufbewahren, weil seine Abmessungen perfekt für die Aufbewahrung sind. Zunächst trennen wir die Teile wie die Anlehnen und den Sitz. Stellen Sie den Korb auf die Achse des Scooters, die beim Zusammenklappen des Lenkers befestigt wird. Der Video-Scooter ist leicht, aber wir empfehlen, dass Sie ihn zwischen zwei Personen anheben. Legen Sie alles in den Kofferraum und sind Sie bereit, weiterzugehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Föreikel testet Beuteile Sож始at Scooter zu kommen, ist das Modell Virgo nur 100 cm lang, 51 cm breit und 89 cm hoch und hat starke Räder mit einem Durchmesser von 19,5 cm, die es Ihnen ermöglichen, große Kurven mit einem Radius von bis zu 125 cm zu machen. Der Scooter wiegt nur 40 kg und verfügt über einen annehmbaren Akku zum einfachen Aufladen. In einer geraden Linie erreicht eine Geschwindigkeit von 6,4 km pro Stunde dank seines fantastischen Motors von 259 Watt und 4500 Umdrehungen pro Minute, der diese Geschwindigkeit bis zu Steigungen von 8 Grad beibehält. Es ist bemerkenswert, dass unser Virgo Scooter bis zu 115 kg Gewicht aufnehmen kann. Das Produkt erhält die Dirigungsanleitung und Sie können auch unser anderes Video sehen, das das Auspacken und die Montage des Scooters erklärt. Dies ist das Ende unseres Videos, das erklärt, wie der Virgo Scooter funktioniert. Wenn Sie Fragen haben, können Sie unseren Kunden Service anrufen. Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit.